Hallo Tanja, schön, dass du dich hier unserem Fragenhagel stellst. Erzähl doch mal, was ist deine Aufgabe hier in der Drahte? Hallo Fiete, danke, dass ich da sein darf. Mein Aufgabenbereich ist die Leitung des Gustos. Ich kümmere mich um Reservierungsannahme, um Bestellung und alles, was organisatorisch anfällt im Aufgabenbereich Gastronomie. Was ist dein Lieblingsessen im Gusto? Meine Lieblingsspeisen im Gusto sind Brot mit Aioli und Spinatkroketten. Dein Lieblingsgetränk? Der Aperolspritz. Machst du deinen Job gerne? Natürlich mache ich meinen Job gerne. Wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Huhn oder Ei, Streitfrage, möchte ich mich nicht festlegen. Deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Dein Lieblingsort in der Drahte? Das ist natürlich das Gusto. Was anderes hättest du auch nicht sagen dürfen. Dein lustigster Moment mit uns? Der lustigste Moment im Hause der Drahtzieherei war, als ich gedacht habe, es wäre ein Besoffener nach Karneval an Karneval im Foyer sitzen geblieben, als ich morgens reingekommen bin und schlussendlich war es nur der Nobel. Was ist deine Botschaft zum Ende an die Zuschauer? Wir freuen uns über jeden einzelnen Gast, der uns hier im Hause besucht. Kommt vorbei, lernt uns kennen, genießt unsere Speisen, genießt die Atmosphäre. Herzlich willkommen. Dankeschön, Tanja. Gerne. Willst du gehen? Ja. Tschüss. Darf ich gehen? Bin ich frei? Ja, ja, ja.